So Gerhard, einige Tage sind vergangen, wir rücken dem 30.07. immer näher. In den Social Medias haben wir also rege Anteilnahme aufgrund der interessanten und schönen Themen gewonnen. Sag du bitte noch mal die Themen, damit wir für die, die noch nicht ganz entschlossen sind, auch noch mal eine Leitlinie geben. Ja, also wie bereits angekündigt wird Horst Hamann, der bekannte Mannheimer Fotograf zu Gast sein und die Ludwigshafener Eulen. Jeder Sportbegeisterte sollte auf seine Kosten kommen. Also aufpassen, nicht vergessen, 30.07. 19.45 Uhr, Maruba das Gasthaus, Einlass 19 Uhr, Parkplatz vorhanden, öffentliche Verkehrsmittel, alles kein Problem und ganz zum Schluss nicht vergessen, auch nicht vergessen, meine Wenigkeit mit Grönemeyer, der Mensch als musikalischen Beitrag von Besser Wissen, die 11. Sendung. Weg in. Weg in. Weg in. Weg in. Vielen Dank.